Ich glaube, das ist einiges sehr vieles. Ein bisschen Sport, ein bisschen Freizeit und vor allem gute Ernährung. Eigentlich genau dasselbe machen, wie ich gemacht habe, nämlich Fußball spielen. Es ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für den sozialen Zusammenhang. Gesundheit macht Spaß, wenn man nicht glaubt, dass es zehn Regeln gibt, um die man sich eisern halten muss, sondern wenn man für sich entdeckt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Das ist die schwierigste Sache der Welt. Manche werden es nie. Ich zum Beispiel. Weil sie eigentlich der Baustein für unsere Zukunft Heiler ist und vor allem, weil sie auch ihr Leben schon jetzt gestalten. Musik 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 ? Untertitelung des ZDF, 2020